Hallo Welt, da sind wir wieder und wir wollen aus dem Schneegebiet raus. Von der Kälte haben wir genug, aber scheinbar finden wir den Weg nicht, solange diese Mission offen ist, die wir gar nicht machen wollen. Aber ein bisschen machen können wir sie ja schon. Ah, die Leute haben ja immer was dabei. Kann man die Waffen nicht verkaufen? Wir haben ja die Waffen eingesammelt. Hier ist doch was zum Öffnen. Uh, was haben sie uns da drin gelassen? Munition? Kekse! Gut! 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 Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Mal sehen, was schneller geht Ob die Zeit da schneller abläuft Oder ob wir die Personen schneller finden Aber ich glaube, die Zeit läuft schneller ab Oder ob wir die Personen schneller abläuft 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 Okay. 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 Kettleman Revolver und wir können nehmen, abgegriffener Sheffield Revolver. Ha! Das ist gut! Der Revolver ist weg, na endlich! Oh nein, da ist er wieder. Und das ist schlechter als unsere. Und das ist die Verlust. O, was ich jetzt? Pfff! Pfff! Pff! 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 Oh, Moment, die Karte? Wie kommen wir denn jetzt wieder hier runter? Nach Valentine zum Beispiel. Nein, ich dachte, unser Lager stand doch vorhin. Ah, ich dachte hier hin zum Lager. Bis wir da sind, haben wir bestimmt genug Zeug. Hier kommen wir bei Blackwater vorbei. Dann haben wir bestimmt genug Geld. Und genug Zeug, dass wir zu Geld machen können, Fälle und so. Und dann können wir uns endlich den Kochtopf holen. Oder wir entscheiden uns doch eher für den Jägerwagen. Mit dem Kochtopf? Ich weiß ja nicht, wir können ja die... Wenn wir die Lebensmittel zubereiten können und verkaufen können. Okay. Ja, den Team müssen wir aber auch erstmal finden. Wir können ja nichts anpflanzen bis jetzt. 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 Geht! Geht! Oh, schade. Da sind die Fälle wieder weg. Geht! Okay. Viele Fälle. Fünf, sechs Fälle oder so. Fünf, vier, vier. naja was solls fälle eben das sieht mir nach einer stadt aus da leuchtet ja richtig das licht aber richtig los ist hier scheinbar auch nicht ja das war ein elch die machen nichts aber jemand muss hier gewesen sein und die lampen eingeschaltet haben whisky und zigarren hier ging es wohl jemandem gut gemüse gemüse wie schön hier haben sie jemanden angekettet ha wir haben füße moment mal und wir haben doch das hier hier warum müssen wir immer überall nachgucken es gibt doch hier ist doch nichts es gibt hier nichts schönes für uns keine waffen oder so ja aber die absen haben wir doch gefunden naja für das bisschen lohnt es sich eigentlich überhaupt nicht ja 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 kann man nicht drauf fahren auf die kisten hier und die kaputt machen geht nicht die tür eintreten geht auch nicht ja hat wohl nicht geklappt hier mit dem bergbau ha ja 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 Hier liegen überall Wagen und so. Holz. Ich hätte mir irgendwas wieder hergerichtet. Da ist ein Riegel dran. Da, den Riegel nach oben. Siehst du nicht? Na ja, dann nicht. Da ist ein Riegel dran. Dann jagen wir eben wieder. Die sind etwas langsamer hier, glaube ich, im Schneegebiet. Das ist ein Riegel dran. 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 Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das ist ein Riegel dran. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das ist ein Riegel dran.